was geht ab bei euch hier ist wieder dark mc kramstadt und wie ihr sehen könnt ja sind wir hier also ich bin nicht alleine knudelmaus ist auch dabei und ja und wir fahren jetzt dieses rennen mit unseren neuen wagen vom dienstag mal gucken wer besser fahren kann und ja bei den letzten bayerischen gewonnen hat mir ja den ausgleich wieder geholt ua ein uhr und nicht gewinnt wenn wir noch ein rennen zum endgültigen ausgleichs leute ihr habt gemerkt ich bin ein bisschen erkältet aber der gute brems geschwindigkeit oder stärke ach du scheiße wo muss man lander auch wenn er aufkommt hat er eben ein bisschen auf das ist eigentlich nur der verbesserte 20 ob der glaube ich langsamer ist sogar ne ich glaube ja also der ist auf jeden fall langsamer 80 das weiß ich also ich mache irgendwie immer die geilen moves in videos keine ahnung warum ich verkacke dann meistens also ich verkack auch oft ne so ist ja nicht aber die moves meistens die sind echt geil bloß irgendwie komme ich nicht zu dir ran ja ich bin halt ein guter fahrer ne ich hab doch am anfang habe ich einen fehler gemacht jetzt hätte ich fast gesagt ich habe bis jetzt keinen fehler gemacht aber doch ich habe einen fehler gemacht und ich hab noch keinen gemacht das ist es loll du kriegst einen boost und wir sind einfach direkt abgebrannt hätte man sich den boost auch sparen können ganz ehrlich loll hätte man sich echt den boost sparen können und wer sich jetzt mal fragt ob das jetzt abgesprochen ist wer gewinnt ähm ne leute das ist gar nicht ich habe gesprochen ich bin es just fun und ja genau wo muss ich hin also einfach fliegen lassen verdreht sich durch und booster sind zu scheiße ach cool als ob du verkackt hast nein aber der boot das hätte mich auch jetzt dahin fliegen können alter der scheiß blockiere gar nicht da alter nein jetzt hast du mich nein eben nicht ich hab's verkackt ich hab's nämlich auch verkackt ich hab's nämlich auch verkackt alter durch die ein booster bin ich nicht explodet nein komm hast gesehen nicht ganz so also alter alter ja toll ist klar was ich auch ich einfach auch instant im arsch floh mal jetzt veröffentlichung es ist mobil es ist hast du hast du jetzt habe ich es auch gepackt wieso musst du jetzt schon wieder überholen alter für was denn die buchseite wie du einfach wenn du so fliegst nach hinten fliegt so automatisch jetzt hast du mich bestimmt hochfliegen sehen aber merkte automatisch nach hinten flieg ich weiß bloß dass du vor mir bist und es gefällt mir nicht das ist das ein vorteil jetzt gern wieso fahr ich so behindert warum fahr ich gerade so gut das ist die frage aber der neue wang ist eigentlich so geil schreibt mal in die comics wie ihr den findet pro doppelten dreifachen vierfachen und explodet ja keine sorge du bist noch richtig gut in der zeit ich konnte nicht so aufholen aber trotzdem macht auf jeden fall spaß mit dem rum zu cruisen wenn ihr natürlich noch mehr videos sehen wollt mit diesem wagen ich habe es nicht gepackt willst du mich verarschen ich habe es zum ersten mal auch aber nicht gepackt nice nice fuck fuck so das hiebt man dich wieder also mein verarschen oder was oh mein gott ey wie heftig hui als ob der das nicht packt als ob du es einfach gepackt hast als ob du es einfach gepackt hast halt den Maul nein wird es einfach nicht gepackt ja das ist das Ziel nicht dein Ernst komm schon geh weg ihr seht das Ziel und und komm 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 ich muss das packen jetzt ich muss das packen jetzt fahr hoch ach scheiße ein sieg noch dann hab ich dich wieder ach hier kann man gar nicht aufsteigen ok dann machen wir es ehrenhaft ja wir suchen ja das war es wieder mit uns bis zum nächsten mal ciao ciao also wie gesagt bis zur zweiten Folge ciao jo jetzt sind wir wieder zurück bei dem nächsten und ja diesmal werde ich wieder gewinnen never ja und wir haben uns besprochen wir werden in diesem Video nur diesen neuen Wagen nehmen also es wird ein rawride geben also das heißt wir testen es auch gleich ob er überhaupt ja dazu in der Lage ist aber auf jeden Fall ist er schon mächtig bei meinem Kanal gibt es jetzt eine kleine Änderung bei meinem Kanal gibt es jetzt eine kleine Änderung bei meinem Kanal gibt es jetzt eine kleine Änderung ich halte nicht mehr der Teufelszocker sondern nur Teufelszocker klingt ein bisschen besser und ja lass mal einen Kommi da ich freue mich über ein Likechen die Däumchen wären ein Träumchen so jetzt bin ich mal gespannt ja ich auch wer diesen Rawride als erstes packt ey wenn das ein Rawride ist der nicht schon kann ne weil ich habe vor meiner Yuki Karriere mit einem guten Kumpel viele Rawrides gespielt und einer war auch an dieser Location halt dein Maui das ist der halt die Schnauze ich liebe diesen Rawride mein Lieblings Rawride da muss ich dir mal einen heftigen Zeugen ich hasse diesen Rawride ich hab die nie gepackt ok da hatte ich auch noch kein getünntes Fahrzeug alles klar und da ist erstmal direkt der Baum was nicht gepackt ja erstmal den richtigen Winkel erwischen ja ja das geht du musst nur gut aufkommen ja ich weiß das geht ich hab schon oft abgeschlossen ja zu hoch wer packt das als erstes ja wie ihr sehen könnt das ist ne kleine challenge würde ich mal sagen hm ich gewinnen werde hoffentlich hast du es schon geschafft nur kein Bock zu respawn nein ich war zu hoch ok jetzt respawn ich hab ich zu stark gelenkt ach jetzt hab ich zu stark gelenkt alter mit dem Wagen ist es übel schwer ja mhm aber grundsätzlich der Rauffall zu finden ist schwer alles klar ach kacke ich schaffs immer etwas länger drauf zu bleiben aber dann äh kommt ne kurve wo man dagegen lenken muss jetzt hab ich wieder zu stark gelenkt fuck ich schaffs nicht mal mehr drauf zu kommen ja der wird zu stark nach unten gezogen ich glaub der ist ein bisschen zu schwer für einen Rollride ja der ist übel zu schwer für einen Rollride wir müssen ihn glaub abbrechen nix da das ist die challenge nix abbrechen abbrechen ist was für feige Eier ah fast fast ey weißt du was mir grad passiert ist ich bin drauf macht gar nix aus dass das Gas geben er wutscht einfach rechts runter ach ich schaffs immer etwas länger drauf zu bleiben aber er verliert halt ständig ach ja und zu meinem Kanal es kann sein dass mal Videos kommen wo ich nicht so richtig rage ein bisschen so wie Ello Tricks ja jetzt siehts gut aus nein er zieht nach unten nein so nicht daddy hat es ja du 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 ja mit speed kommst du nicht mal bis zur hälfte was glaubst du jetzt steht das daher dass ich überrundet wurde alles klar überhaupt keine spätreaktion ja doch du hast den checkpoint ja noch nicht so meine leute ja es hat etwas länger gedauert aber ich fahre jetzt langsam in dieses schöne ziel hinein was vor mir hier steht und ja bis zum ja schreit unter die kommentare wie ihr dieses rennen fandet oder die challenge und ja ich fahre jetzt da drüben den berg hoch mal gucken was ich ein 20 sekunden schaffe also mein motto ist ja good luck good night wir auch jetzt in meinem youtube banner sehen könnt hat auf jeden fall spaß gemacht und ja das ja ich kann dafür nichts mehr sagen beginnt jo hier sind wir wieder und wir haben festgestellt dass wir wirklich 1 zu 1 stehen und es muss jetzt wirklich noch ein rennen geben was auf jeden fall wie gesagt 1 zu 1 geht nicht wir haben uns beschlossen ein schnelles rennen noch herbeizurufen und wie gesagt ja würde mich auf jeden fall freuen wer jetzt gewinnen der entscheidende kampf ja sorry dass meine aufnahme etwas später beginnt für die die bei mir kommen es hat gerade ein bisschen geschwind auf jeden fall kurze zusammenfassung wir haben gesagt 1 zu 1 geht nicht wir wollen 2 1 oder 2 0 immer machen und ja viel spaß alles klar du musst die halt übelst gut treffen die rampe ja klar und first strike ja du kanntest das rennen ja auch ja 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 auf jeden fall fahr ja 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 das war also erstmal ist es wirklich aus ja bis zur der nächsten folge tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020